Willkommen zu den neuesten Filmtagen 2023. Heute interviewe ich die Jugendjury. Bei mir sind Mai und Leonard. Als erstes möchte ich euch gerne fragen, was ist eigentlich die Aufgabe der Jugendjury? Also wir schauen eben die Filme an aus dem Jugendprogramm und auch aus dem Crossover. Schauen wir glaube ich auch vier Filme. Und genau, die bewerten wir dann und suchen uns eben einen Film raus, der dann der Gewinnerfilm sein soll und der bekommt dann eben auch einen Preis. Ja, wir vergeben einen Preis, der insgesamt 5000 Euro beträgt. Finanziert wird er von der Hansestadt direkt. Während andere Juries ja zum Beispiel eigene Sponsoren haben. Und ja, somit haben wir die Verantwortung für uns, zu viert halt die beste Entscheidung zu treffen. Das scheint ja eine sehr große Verantwortung oder eine sehr große Aufgabe zu sein. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass ihr diese Aufgabe übernommen habt? Also dass ihr der Jury beigetreten seid? Also ich würde sagen, dass es bei uns allen sehr unterschiedlich ist. Ich kann jetzt nur von meiner Seite aus sprechen. Und zwar bin ich dadurch, also zur Jugendjury durch einen Freund gekommen, dadurch, dass er letztes Jahr teilgenommen hat. Und durch Social Media, also von den nordischen Filmtagen. Und ja, deswegen habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, dass ich teilnehmen will. Genau, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe das herausgefunden dadurch, dass meine Eltern bekommen es immer zugeschickt, dass so gesucht wird. Und genau, die haben mir das dann einfach weitergeleitet. Und dann habe ich das gesehen. Und weil ich auch schon bei der Kinderjury immer teilgenommen habe und deswegen sowieso immer darauf geachtet habe, weil ich auch Lust hatte, das nochmal zu machen. Sehr interessant. Also ihr geht aber dann noch wahrscheinlich mit einer großen Liebe am Film ran, oder? Ihr guckt gerne Filme, richtig? Ja, also ich schaue auf jeden Fall Filme. Ich gehe jetzt in meiner Freizeit eher selten ins Theater, ins Kino. Eher ins Theater. Aha, cool. Aber sonst halt irgendwie auf Netflix oder so. Ja, bei mir ist es so, dass ich sehr gerne privat Serien schaue, aber im Kino halt sehr gerne Filme schaue. Das ist definitiv nachvollziehbar. Ich meine, dieses Jahr gab es ja auch sehr viele Blockbuster, die definitiv sehenswert waren. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Was findet ihr es besser? Mainstream-Filme, die im Kino überall eigentlich laufen, oder die man auf Netflix findet, oder Filme von eher kleinen Filmen, ach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Filmfirmen, die eher Indie-Stories bringen und eher kleinere Produktionen sind? Ja, also für mich ist das das erste Mal, dass ich so richtige, ich würde jetzt mal sagen, alternative Filme gucke oder Filme schaue, die ja quasi von, sagen wir mal, Newcomern halt sind. Und ich finde das ziemlich interessant. Es hat was, weil ich würde sagen, alle Filme haben eine Message, aber die wird noch mal auf eine ganz andere Weise halt uns gezeigt. Aber noch tendiere ich gerade zu Blockbustern. Also bei mir ist es andersrum auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich bin einfach, seit ich denken kann, gefühlt schaue ich immer bei den nordischen Filmtagen ganz viele Filme an. Und ich finde es gerade cool, dass es halt da eben andere Filme sind und nicht nur die Mainstream-Filme. Und ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, bei den Mainstream-Filmen, es ist irgendwie immer das Gleiche ist. Und man kann teilweise so vorhersehen, wie so das Ende wird. Und das finde ich halt bei den nordischen Filmtagen einfach richtig cool, dass es halt einfach mal andere Themen sind, die behandelt werden und ja, einfach andere Themen mal sind. Das kann ich definitiv nachvollziehen, vor allem da die Filmlandschaft durch Corona vielleicht auch ein wenig öde geworden ist. Aber ich bin der Meinung, dass es auf beiden Seiten auf jeden Fall viele Perlen gibt. Und damit würde ich sagen, was erhofft ihr euch eigentlich dieses Jahr von den nordischen Filmtagen? Also, ich weiß nicht. Ich finde, das ist eine schwere Frage. Aber ich hoffe einfach, dass wir noch viele coole Filme sehen. Also wir haben jetzt erst zwei gesehen. Wir haben noch sieben vor uns. Und deswegen, ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass wir noch viele coole Filme sehen. Und ja, vielleicht auch, das sind glaube ich alles sehr, oder teilweise auch ernstere Themen. und dass wir da vielleicht auch irgendwie Denkanstöße oder so bekommen. Ja, also ich glaube, ich kann mich da anschließen. Was mir auch sehr wichtig ist, also das richtet sich an alle Juries, also auf alle verschiedenen und auch an uns, dass die Preise, die vergeben werden, halt an die Personen gegeben werden, die auch wirklich daraus was machen, die das mitnehmen und ja, also vielleicht auch was mit der Summe anfangen können für neue Projekte und allgemein für die Zukunft. Und ich finde, das ist ziemlich gut, dass ja die nordischen Filmtage sowas einem bieten. Ich habe jetzt auch gelesen, die bieten einem Stipendien an für junge Newcomer-Regisseure, mal so gesagt. Und das finde ich auch sehr gut, dass sowas ermöglicht wird. Überleg dir beide eigentlich in die Richtung des Filmes zu gehen, weil du hattest das gerade ja so in Anführungsstrichen hervorgehoben. Möchtest du vielleicht irgendwann so ein Stipendium in Anspruch nehmen? Ich persönlich nicht. Ich finde generell Film und ja, so Film, sowohl die Umsetzung von Filmen, also inhaltstechnisch, aber auch die Technik dahinter, die Kameras etc. sehr interessant. Privat habe ich auch schon einige Videos gemacht, aber für mich ist das eher ein Hobby. Also bei mir ist es ein bisschen so, dass ich, also ich spiele halt Theater und da bin ich halt eher so vor der Kamera und ich weiß nicht so, dahinter jetzt irgendwie Regie oder so habe ich jetzt noch nie ausprobiert, noch nie wirklich, aber ich weiß es auch nicht. vielleicht irgendwann, aber ich glaube eher nicht auch. Ich meine, die Möglichkeiten werden euch immer offen sein. Ihr hattet gerade auch erwähnt, als ihr über die Indie-Filme gesprochen habt, dass dort oft ernstere Themen behandelt werden, aber bei den neuschen Filmtagen jetzt. Was erhofft ihr euch denn für Themen in Filmen, nicht nur Indie-Filmen, sondern allgemein im Mainstream-Filmen, die öfters angesprochen werden sollten in eurem Alter? oder für euer Alter? Ich finde die Frage ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, dadurch, dass ich der Meinung bin, dass Mainstream-Filme auch oft gesellschaftliche Themen ansprechen. Natürlich können wir es in einem klassischen Horrorfilm nicht erwarten, dass der jetzt das Thema Feminismus anspricht. Alles ist möglich, aber so gesehen. Somit würde ich sagen, dass beide Filme generell gesellschaftliche Themen, sagen wir mal jetzt, gerade ist ja ein aktueller Krieg, Feminismus, Umwelt, Rassismus, es gibt so viele Themen, die ja die Gesellschaft halt beeinflussen und stören und ich würde schon sagen, dass beide Arten von Filmen das halt eigentlich schon darstellen, nur die Art, wie sie es machen, ist halt einfach unterschiedlich. Also mir wären auf jeden Fall Themen wichtig, die uns auch selber betreffen, also weil, ich meine, die Filme werden ja für uns gemacht, wir sind ja so das Zielpublikum und deswegen ist es mir wichtig, dass es, wie gesagt, einfach Themen sind, die uns auch betreffen, also jetzt zum Beispiel auch jetzt Klimakrise, aber wie sie eben dann uns betrifft oder ich weiß nicht, du hast auch schon ein bisschen gesagt, so Rassismus oder Feminismus oder eben auch, dass durch Filme eben vielleicht auch Minderheiten oder Themen, über die nicht so viel gesprochen wird, halt stärker hervorgehoben werden und die eben dann dadurch auch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Plan und auch das sind gute Themen, die ich ebenfalls oft auf der Leinwand vermisse. Ich danke euch herzlich dafür, dass ihr mich habt, dass ihr mich euch habt interviewen lassen und ich hoffe, ihr habt viel Erfolg beim Ausfüllen der Filme und dass ihr viel Spaß habt, noch weitere Filme zu schauen. Wie viele Filme guckt ihr jetzt insgesamt eigentlich noch? Wir schauen jetzt noch sieben, genau, und insgesamt sind es neun. Ah, okay. Ja, sieben Filme in ein paar Tagen, das müssen wir eigentlich ganz gut schaffen, oder? Ja, ist so, wir schauen, glaube ich, so drei am Tag oder so. Ah, okay, ja. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei, ihr guckt dann heute Abend wahrscheinlich noch einen, richtig? Heute schauen wir noch zwei. Ah, okay. Ja, okay, interessant. Dann wünsche ich euch viel Spaß, habt eine super Zeit bei den neuesten Filmtagen und damit würde ich mich verabschieden. Dankeschön. Dankeschön.